Tief in den Weiten des Weltraums existiert ein Planet namens Talus, der durch Krieg und Katastrophen unbewohnbar wurde. Um ihren Fortbestand zu sichern, waren die Bewohner von Talus dazu gezwungen, andere Galaxien zu erschließen. Für diese Aufgabe wurde ein tapferer junger Mann aus der Mitte der Talusie herausgekommen und so reiste er auf der Suche nach einer neuen Heimat von Galaxie zu Galaxie, bis er eines Tages auf einen Planeten traf, der sein Leben für immer verändern sollte, die Erde. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.